so meine lieben freunde hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von battlefield 1 wir zocken heute mal die fedorov dektirev keine ahnung wie die heißt ich habe auch noch kein ich habe noch kein skin dafür aber ist ja egal wie machen wir das schon standard controller ist ein gewöhnungsbedürftig jetzt mal wieder kaum falls niemand drin ist natürlich keiner mehr c haben wir dann rennen wir mal zu a geh doch hier mit sie haben die auch wir müssen aufpassen sie haben die ccc ja nur 18 alles klar mal gucken ob die medics hier was drauf haben mal schauen ja da hätte ich vielleicht doch außen rum gehen sollen ja sind so kleinigkeiten die man irgendwie lernen muss aber nach 100 jahren spielen immer noch nicht kann wir kommen schon wieder sterben muss mal was hier geht die sind und wir müssen verdammt aufpassen scharfschütze wo okay hier ist keiner gehen wir mal ja außen lang komm schon lass uns zäh hunden freunde na los komm es muss laufen hier wollen das ding haben 85 14 sollte eigentlich gehen ich glaube das gibt es 200 punkte 200 points ok das ist schlecht aber ich glaube er ist erledigt irgendjemand hat ihm den gnadenschuss gegeben da haben wir auch sehr schön digga heilst du dich mal kommst du rein komm noch rein er geht nicht rein ah komm gasgranate man über diese scheiß gasgranate jedes mal digga warum heilt er sich nicht ich werfe da jedes mal das scheiß medikit aber es passiert nix oh ne komm 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 schnell rein geh schnell rein wo nicht schon wieder gasgranate habe ich keinen bock drauf nein ach man wieder von hinten ey so ne kacke 3 1 gucken ob wir da noch was draußen machen können hier ist gar nicht so einfach gar nicht so einfach aber ich glaube wir wind ist das ding trotzdem übel ich meine die waffe die rockt eigentlich schon ganz geil rein ich versuch's bro ich versuch's kurz mal nachladen obwohl ich eigentlich punkte geiern möchte oh shit oh shit komm digga hol dir schnapp sie die tiger so a haben wir auch sehr schön dann gehen wir mal gleich wieder richtung b obwohl wir b auch haben oh shit da war eine bombe holy shit oh noch eine ist das die mögliche oh ich renne auch noch voll rein man ich depp oh scheiße oh ich voll depp man auch so ein kack ey wie blöd muss man denn sein eigentlich manchmal ist man irgendwie so saublöd digga die heilung komm nimm nimm was umsonst scheiße ich steppe ich renne da auch noch so hardcore rein nicht dass hier noch eine ist mein glück sind hier noch nicht ey komm wie lang brenne ich hier durch so ein scheiß kleines drecksfeuer mann man kann auch ein bisschen übertreiben ja das können wir vergessen ne das geh ich nicht aber was machen wir jetzt wir haben die anderen punkte granate wäre episch hier erste helfe erste helfe oh nein nein digga geh rein hier erste helfe wo ist er ich sehe nicht Ich wäre der einzige der hier wiederbelebt ey. Bei A sind sie. Hier kommt noch einer, hier kommt einer. Okay, wollen wir zu A versuchen? Gehen drauf, aber ich versuche es trotzdem. Oben im Haus, oben im Haus. Da snipet doch einer. Komm hol dir den Punkt, na los. Sonst der nicht kommt. Komm schon, komm schon, komm schon. 142 Mann, es läuft. Durf, jetzt muss keiner kommen. Okay, der hat noch gesniped. Das ist nicht einer, das ist richtig kacke. Oben im Haus, oben im Haus. Aber ist egal. Er kriegt uns hoffentlich nicht. Ja. Er hat noch 100. Ich habe ihm mit 7... Hä? Ich habe 47 Schaden gemacht unten. Schaden zugefügt. Er hat noch 100. Wie geht das denn? Wie geht das denn? Wie geht das denn bitte? Ich verstehe es nicht. Aber manche Sachen bei Battlefield 1 verstehe ich irgendwie nicht. Glaub ich mal... Oh shit. Glaub ich mal... Oh shit. Glaub ich mal teilweise irgendwas falsch. Ja komm mal platt. So, hier ist Heilung. Lad nach, lad nach, lad nach. Immer noch bei A. Immer noch bei A. Wir laufen außen rum. Ich habe ein bisschen Angst, dass der noch snipet, der eigentlich hier. Oh ne, da hinten sind auch welche. Ja. Ne, sie campen am Punkt. Naja, ist egal. Sie haben halt einen Punkt, wo sie campen. Wo sie nichts gebacken bekommen. Einen Punkt, wo sie sich zu 4 zu 5 verschanzen müssen. Naja, ist egal. Naja, die warten da. Da brauchen wir gar nicht hinrennen. Wenn wir nicht zusammen hinrennen, dann... Ist egal, die verlieren sowieso. So gewinnen sie das Ding nicht. Panne, wie schlecht bist du eigentlich, ey. Ist richtig schlecht, man. Du bist verletzt, ich seh mir das an. Grox ist sogar der Atmen hier drauf. Ich seh mir die Wunde an. Digga, wie geht das? Wie, wie kann er mich ohne Animation mit dem Messer platt machen? Serial Shorty, bitte hol mich doch zurück, man. Och man, was sind denn das für Menschen, ey. Warum habe ich denn immer so ein Pech mit den Leuten? Ey, sie holen einen noch nicht mal zurück, man. Oh, das ist so richtig Battlefield ist das, man. So richtig Battlefield 1. Diese ganzen kleinen Kiddies. Die nicht wissen, wie man einen Medic benutzt, ey. Oder eine Spritze benutzt, ey. Eine Spritze used. Das ist so traurig, ne. Komm schon, hol euch die Punkt hier. Die hat hier auch ein Zweibein drauf. Normalerweise kann man die von hier kriegen. Oh, das ist hier oben drin. Warte, ich hole die Punkt. Bleib liegen. Ja, danke fürs liegen bleiben. Das ist der beste. Alter, nein. Jetzt haben wir ein bisschen. Ach, Bros, man. Und solche Leute sind hier vorne mit dabei, die in der Ecke sitzen und campen. Nur an dem einen Punkt, man, ey. Dass sie das verlieren, das verdienen die so hart, ne. Das verdienen die so hart, dass sie das verlieren, ey. Wo kommt einer? Ach. Komm, bitte hol mich jetzt, Will Shorty. Ach, danke, man. Nächstens einer. Sehr nice. Kommt wieder einer unten. Wer war da, Kalina? Oh, ne, jetzt. Ich glaub, die rennen außen rum. Hab ich doch grad noch geholt. Das ist aber noch einer, den haben wir auch sehr schön. Wir müssen C wiederholen, Mann. Wir dürfen jetzt das nicht verkacken, ey. Der Typ, der snipet wieder. Da müssen wir aufpassen, wir kommen. Ja, schön C holen. Sehr nice. Komm. Na komm, Bro. Die rennen hinten rum. Das ist nice. Aber dann rennt wenigstens da hinten rum. Ich hab jetzt keinen Bock, hier zu verkacken, ey. Ich glaub, die haben den. Komm, Digga. Haben wir gleich. Ich muss noch A. B holen wir auch grad wieder zurück. Naja, Chance haben sie nicht. Wer so schlechte Teammates in seinem Trupp hat, ey, der hat's doch nicht verdient hier, ey. Mann, dieses Rumgekämpel in den Häusern, Mann. Ja, ist egal. Die ohne Gewinner hier. Hier, erste Elfe. Oh, Digga. Ich versuch's. Ich bin tot. Soll ich dich wieder zusammenflecken? Ich glaub, hier rennen welche. Ist hier wieder einer drin? Es wird wieder gesnipet. Hier ist noch einer oben drin. Oh, sorry, Digga. So. Sorry, 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 Bro. Oh, nice. Ich hab einen auf den Hinterkopf gegeben hier. So, komm, lad nach, lad nach, Heilung, Heilung. Noch fünf, los. Komm, heil dich hoch. C verlieren wir wieder. Aber trotzdem. Wir müssten es locker haben, das Ding. C haben wir auch. Das müssten wir eigentlich locker kriegen. Eigentlich müssten wir es locker kriegen. Eigentlich müssten wir es locker kriegen. Und draußen kommen sie. Nice. 26,8. Sehr schön. Ich glaub, wir haben sogar über eine 3er KD. Sehr nice, sehr nice. Krieg im Beißer als nächstes. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war die neue Federov. Eine geile Waffe. Sehr genau. Diese Waffe kriegt man, wenn man sich Battlefield V vorbestellt. Meines Wissens, egal welche Version. Man kriegt in Battlefield 1 dann 5 Waffen geschenkt. Gut, Leute. Macht's gut. Haut rein. Ich wünsche euch was. Danke fürs Zuschauen. War auf jeden Fall nice. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.